Also, wie kannst du denn abbremsen? So, mein erstes ist natürlich oben das Asteroidenfeld, wobei da sind wieder irgendwelche Drecksteppen. Ich glaube, ich werde mal die billigen Rohstoffe los, oder? So. Einfach mal auffüllen. Oh, da sehe ich schon die Piraten wieder rumfliegen. Okay. So. Vielleicht war ich ein bisschen zu schnell. Nein. Ja, sicher. Dran vorbei. Was ist das hier? Ich habe voll viel Treibstoff verbraucht. Okay. 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 Komm ich da ein bisschen durch hier oder? Da fehlt auch noch was. Oder? Das ist das nix oder? Ne. Wir brennen ja volle Kanne. Das geht sehr gut. Feuer frei! Okay. Uns geht es nicht wirklich gut. Hier gab es auch noch Metalle, ne? Die brauchen wir jetzt dringend. Sehr dringend. So. Was habe ich jetzt bekommen? Kupfer. Ah, da können wir uns reparieren. Sehr schön. Gewöhnlich. Ja. Was repariere ich denn? Ich repariere mal unseren Lander ein bisschen. Weil jetzt um Metall ranzukommen brauchen wir erstmal den Lander auf halbwegs hohem HP Wert. Ja, die meckert wieder wegen Verletzung. Heul rum, Alde! Tschüss! Gut. Gut, dass unser Planetenoberflächenscanner funktioniert. Ich werde so sterben. Jungen. Korb. Was man ist da? Was ist das? Ja. Sankt. So, bitte lass hier Metall oder irgendwas drauf sein. Oh mein Gott. Gravitation sehr hoch. Eisplanet. Soll ich das Risiko eingehen? Kupfer, gewöhnlich. Ich muss den mal leider lassen. Ich schau mal kurz, was der Mond daneben hat. Mineral, geringe. Ja, nice. Landbar mal schnell drauf. Wo ist, wer ist unser, unser Käpt'n? Du bist unser Käpt'n. Es gibt leichte Erdbeben. Ja, komm. Miau. Man hat ihn nie wieder gesehen. Ah, ich liebe geringe Gravitation. Geringe Erdbeben. Auf jeden Fall gering. Ba-bam, 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 ba-bam. Abonnie. Da-bam, ba-bam. Da-bam. Ja, kann schon mal nicht sein. Abonnie. Ich ver habe Arms. Das fängt jetzt gar nicht so leicht. Jetzt kommt schon wieder Wind von der anderen Seite auf einmal. So, bitte kein Erdbeben jetzt. Ja, sieh schon! Michael! Mensch! Echt jetzt? Ein Bein gebrochen. Durch was denn? Einen noch. Easy. So. Zu unserem Länder geht es überhaupt nicht gut. Auch unbedingt Metall. Für den Länder. Oh ne, nicht schon wieder die. Ja, Hallöchen. Schwaches Fleisch, Knochen oder Blut? Ihr Kleinscheffe könnt nix. So. Mineral! Komm her! Zenon! So. Meine Güte ey, die wollen aber auch immer auf die Fresse. Diese Mongos. So, wo war ich jetzt? Karte. Kann ich damit irgendwas reparieren, was die grad mir geholt haben? Ressourcen. Ja, mit dem Platin könnte ich den Länder reparieren. Oh, ist sogar richtig gut. Eisen bisschen. Platin. Und... Fuel. Ah, das will ich eigentlich nicht verkaufen. Das sind gewöhnliche Sachen. Die kann ich... Die kann ich hier reinhauen. Gewöhnlich. Gewöhnlich. Da haben wir wieder ein bisschen Jump Range. Aber die teuren Sachen eher nicht. So. Ich fliege halt wieder genau auf den Gegner zu. So. Ich bin sehr klug. Treibstoffwarnung. Noch Plünderer. Bitte, kleine Schiffe. Bitte. 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 Ah. Okay. Wahres Fleisch, Broteknochen, Blut oder wahres Blut. Leck mich an meinem geilen Sack. Ja, ramm ich wieder. Zack. Ein Arsch. Kontakt herstellen. Lünderer genug. Blut oder Bares. Macht eure Schande nicht noch größer Blut oder Bares. Will der jetzt... Dass ich was zahle oder will der, dass er was zahlt? Achso, das war... Okay. Ah. Achso, ich kann sie, wenn sie kurz vorm Sterben sind, auch nochmal anfunken. Ah. Hätte ich öfters machen sollen. Da hätte ich jetzt schon mehrere von den Köpfen. Unsere schmierige Piratentrophäe. Okay. Die nächsten Piraten, die mich überfallen, den zeige ich jetzt einfach. So 200 Köp... So 20 Köpfe hochhalten. Wollt ihr die nächsten sein? Hm? Ich war mir nicht ganz sicher... Oh fuck. Ich war mir nicht ganz sicher. Okay. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er mich meint. Oder sich. Sehr hoch. Fuck. Wieso haben diese Planeten mit Metall immer sehr hohe Gravitation? Muss ich leider ablehnen. Fuck. Treibstoff knapp, ich weiß. Aber ich spring gleich ins nächste System, da gibt es einen Händler. Außenhörner Schaden, Treibstoff Schaden. Uns geht's hervorragend. Ich glaube, er wollte dir was sagen. Glaube ich jetzt auch. Nachdem ich seinen Kopf verhalten habe. Könnte ich eigentlich immer nach Geld... Geld rausholen. Hätte ich schon immer so machen sollen. So. Oh, da gibt's Metall. Und der ist nicht gefährlich, der Planet. Es gibt keine Lebensform. Okay. Du, du hast wieder den Lander. Wobei, wie geht's denn dir? Der hat auch erst zwei Sachen. Es stand kein Preis dabei. Einfach auszuprobieren. Ja, hätte ich machen sollen. Sorry. Beim nächsten Mal. Ich zapfe jetzt den Piraten einfach immer Geld ab. Ach, so kann man sich ja besser am Leben halten. Finde ich. Ich habe jetzt schon wie viele Piraten zerstört? Viele. Oh, fuck, 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 fuck. Gib mir Boost. Okay. Oh, perfekt. Punktlandung. Ich bräuchte noch ein bisschen mehr Kopfhör. Da muss reichen. Was ist das hier? Tschüss. Sehr gut. Okay. Haben wir ein bisschen Metall wieder zum Reparieren. Und ein bisschen Silizium zum Tank auffüllen. Aber ich müsste jetzt wieder den Lander reparieren. Kupfer. Was reparieren wir denn? Erstmal den Lander. So, der ist jetzt schon über Half-Life. Das muss jetzt für das Erste reichen. Dann haben wir das erste Kupfer ins Schiff rein. Und Silizium. Das ist schon ungewöhnlich, ne? Wie viel würde eigentlich das hier geben? Oh, ein bisschen. Okay. Karte. Soll ich die Planeten hier noch abchecken? Ja, ich mach mal. Ich bräuchte halt Treibstoff. Ich bräuchte halt Treibstoff. Bitte hast du ein bisschen Gas für mich? Ah, der hat nur wieder Silikate. Ich bräuchte halt inzwischen mal wieder ein bisschen Gas. Gibt's hier? Hier gibt's kein Gas. Hier gibt's nur Metall. Okay. Planänderung. Ich kann jetzt noch einmal springen sogar. Ähm. Hier hin. So. Hier gibt's sogar Wasserstoff. Aber erst fliege ich mal zur Raumstation. Und fülle mal meinen Tank auf. Treibstoffwarnung. Mhhh. So. Viel hab ich nicht mehr. Ich hoffe, das reicht jetzt. Komm schon. Schau mal den Treibstoff an, ey. Der ist richtig leer. Ja, aber ich sollte es treffen. Ich hab noch Xenon. Perfekt. Hitlandung. Oh, da kam wieder ein Händler. Aber ich handel jetzt hier halt unser Treibstoff. Guten Tag. Ah. Äh. Trivit Nebula. Seid gegrüßt Kunden. Seid ihr schon einkaufen hier? Nur auf der Durchreiche. Egal. Kommt, kommt. Doch. Dockt an. Willkommen. Gebt Kredits aus. Leert euer Konto. Ja. Muss ich. So, ich hoffe es reicht noch für den Schub hier. Ich will das Xenon nicht ausgeben. Tor verschlossen. Gut zu wissen. So. Puh. Endlich mal wieder ein Händler hier. So, alles reparieren. Hülle. Treibstoff. Seid ihr bereit für die untertiefen Reise durch die Sterne? Nein. Erstmal. Service. Wie viel kostet das Tor? 175. Äh. Ja. Hab ich ja nicht mal. Was soll ich denn das her haben? Okay. Also erstmal auffüllen. Exotische Materie habe ich selber genug. Ich brauche nur Treibstoff. Zack. 50 Kredits. Ist ja nix. So. Reparaturen. Schiffsaußenhülle. Könnte man machen. Schiff. Sieht doch wieder gut aus. Es ist auch der Lander-Rip. Shop. Okay. Ein Bergungsset. Alles was man für einen Beutezug zum Wachs und Ruinen braucht. Nein. Also. Handel. Äh. Oh. Okay. Also im Kopf zeigen ist nicht so geil. Sextant. Wie seltsam. Okay. Gut. Ich kann hier anscheinend nichts verkaufen um Credits zu verdienen. Ist das nicht geil? Ich konnte mich immerhin... Okay. Lediglich konnte ich mich reparieren. So. Tschüss. 175 Credits. Wo soll ich denn das herbekommen? Hatte ich ja nicht mal jetzt. Okay. Sieht doch schon wieder richtig gut aus für uns. Jetzt kann ich wieder mich in den Kampf stürzen und halbwegs sterben. Oh. Händler. Achso. Unter Services? Unter Services war Handel? Hab ich gar nicht gesehen. Hallo. Kundin. Haben euch die verschlungenen Wege des Ausherr geführt. Habt wohl die Qualität geschnuppert. Jaja. Äh. Service. Ah. Okay. Raus. Das mach ich jetzt nicht, oder? Nee. Auflegen. Tschüss. Warte mal. Ich schau nochmal unter... Sorry, ich bin blind. Sorry, ich bin blind. Äh. Die Richtung. So. Ich schau nochmal zum Tor und versuch da was zu verkaufen. Ich bin grad ein bisschen boosted. Kapper. Hehehe. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Guten Tag. Kann ich mal wieder docken? Jo. Also. So. Services. Händler. Ah, okay. Ah, okay. Selten. Ungewöhnlich. 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 Was ist, wenn ich das hier anbiete? 26. Wird's wieder verarschen. Hm. Wie viel ist euch ein Xenon-Wert? 16. So. Besser als nix. Was ist euch ein... Die wollen unbedingt mal ne Heilungstasche haben. Und ein Plutonium. 31 für Plutonium. Ja. Brauchen wir ja grad nichts zum Reparieren. Das Heilmittel könnte man später noch gebrauchen. Wie viel soll ich der hier wert? Drei. Okay. Wie viel soll ich der hier wert? Oh. Shop. Sextant. Fuck. Der wär viel... Viel mehr wert gewesen. Ich bin so boosted. Ich bin so boosted. Ich bin so boosted. Okay. Ich bin so boosted. Es geht nur um Entonces das ein bisschen. Ich bin so boosted. Ich bin so boosted. Ich bin so boosted. Ich bin so boosted. Sie sind so boosted. Alles klar. Alles klar. Was sind mit 30? Wird's denn mit 30? Kommt an einem anderen Tag wieder? Was ist denn? Wie viel kostet das Tor? Immer noch 175, ne? Sicher. Okay. Nein. Das wollte ich nicht. Auf Wiedersehen. Echt jetzt Kredithöhe? Warum habe ich hier eine Kredithöhe? Hm. Wahrscheinlich hat er sich gerade genervt gefühlt. Wer weiß. So. Asteroidenfeld. Da unten sich wieder ein Piraten. Auf die Fresse. Diese Mission wird gefährlich werden. Feinsteilige Planeten. Oberflächen wären kein geeigneter Ort für eine Dame. Doch. Geht schon. Okay. Zwei... Gleich zwei Quellen hier ist ja schön. Stein. Ähm. Autsch. Läuft von mir. Komm, ich flieg jetzt so rum. Das war knapp. Das war knapp. Was? Was? Ich flieg jetzt so rum. oder? Muss ich mich jetzt echt kurz in die Richtung drehen? Okay, geht schon. Sehr gut. Feuer frei! Piu-piu! Zwei Sachen nur? Okay. Stein! Oh, Gott sei Dank fliege ich unten drunter. So. Gut. Okay. Der springt weg. Ich fiel mal zum Piraten hoch. Aus Gründen. Ah, ich liebe Handelsstationen. Kann man sich wieder aufpäppeln. Reparieren. Sterben. Ja, zu viele Verletzungen. Die zwei Kratzer da. Und die Sonde im Kopf. Da kommt ein Pirat. Kuckuck. Hallöchen. Wollen Sie... Wollen Sie Wertpapiere kaufen? Ja, er dreht schon um. Der will Wertpapiere kaufen. Hallo. Wieso sehe ich den eigentlich nicht? Hallo. Guten Tag. Ein Marodeur. Ah, okay. Hallo. Loot oder Baris? Ja, geht gerade schlecht. Ich muss nämlich sparen. Ich rufe ihn mal. Ich spiele in den Knochen. Okay. Der will wohl nicht aufgeben. Gut. Lande-Modul-Reparatur-Sets. Sehr schön. Wird auch sofort eingesetzt. Wie geht's eigentlich um so ein Lande-Modul? 56% HP. Ingenieur, do your thing. Oder ne, wenn's weniger HP hat. Wenn's... Wenn's... Wenn's richtig am abkacken ist. Ba, ba, ba. So, da. Oh, ne. Magma-Planet. Ich benutze mal kurz eine Umlaufbahn, wenn's geht. Geht nicht. Wie geht's. Vielen Dank.